Guten Tag, Schöpferi! So, Freunde, ihr wisst ja, ein Stadtfest wie das Heipziger, das unterliegt natürlich auch gewissen technischen Voraussetzungen, und zwar eine Analyse, und zwar, das habe ich vorhin nochmal mitgekriegt, wir müssen hier ein gewisses Lautstärke-Level einhalten, weißt du? Und zwar deswegen müssen wir immer mal gucken, dass wir zwischendurch was Leises machen, damit wir das Laute machen, dann in der Summe, in der Quersumme, also wenn wir uns quasi alles aufnehmen, durchschreiben, dann noch zwei Stunden hochgerechnet, dass wir dann genau im Lautstärke-Mittel bleiben, ich glaube Sven, wir sind ein bisschen drüber jetzt im Moment, oder? Wir sind ein bisschen drüber im Moment, ganz, ganz bisschen drüber, okay. Das heißt, wir machen einen ganz leisen Song, dann stimmt's wieder im Schnitt, und dann wäre es auch wichtig, dass ihr alle mit leise seid, sonst funktioniert's nicht. Also bitte alle ganz leise sein, bitte nicht mitsingen, nicht klatschen, nicht tanzen, ja genau, und wenn ihr klatscht, dann bitte nur so. Ja, das ist ganz wichtig, damit die Messung nicht gefährdet wird, und wenn wir das jetzt durchziehen, dann können wir wieder zwei Laute-Songs spielen, Wir entscheiden uns für einen schönen Duop-Song aus dem Jahre 1956, Why do you fall in love? Wow, Yelton. Wow. 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 Musik 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 Ungedachte Aktion, dass die Musik am Karussell so laut ist für den Arsch. Das habe ich vorher gar nicht gehört. Also ihm hat es gefallen und damit hat es sich gelohnt. Wir machen die Karussellmusik einfach aus und dann haben wir dann unsere Lautstärke. Also am Karussell machen wir das Autoradio ein bisschen leiser. Wir versuchen hier zu arbeiten. Wirklich, so können wir nicht arbeiten.